Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Minecraft Days und ich bin Auge am Schall Leute mit euren guten Sexy und ich muss jetzt kurz essen weil ich verhungern bald so gestern hatte ich irgendwie hoffe ich habe ich die letzte Folge aufgenommen alle freuen sich Party Time ne natürlich nicht was muss ich überhaupt weiß ich wollte ich machen ah ja jetzt weiß ich habe ich erweitert genau und ich nehme mir Schaukel ich muss das komplett weg rasieren weg machen so ähm was mehr was wollte ich machen überhaupt ah ja das brauche ich ich weiß nicht mehr aber wie war der Tisch überhaupt äh ich glaube ich brauche zwei Diamanten weil ich will den Verzauberntisch äh jetzt gerade rein machen ich hoffe ich habe gut in Erinnerung wie es der ist so 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 ah und ein Buch brauche ich glaube ich hahaha ich bin Gott so super das weg das weg lassen wir hier an der Seite genau das lasse ich hier äh so und ich brauche noch Axt so wir haben weil ich will noch Hühner drauf rein machen drauf haben so aber alle Axt woher habe ich so viel Kühe aber du bleibst allein tut mir leid so wir werden heute die Bäume weg rasieren muss leider sein weil ich hier will ich was anderes stellen weil ich will die zack 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 weg gut so lassen wir momenten so wie ist so hier will ich noch die Hühner rein machen deswegen muss ich ganze diese eine Reihe von Borden weg machen also das werde ich verdammt viel Erde ich muss ich sehr viel Glück machen aber ich glaube ich werde gleich weg alles oh scheiße also es ist echt verdammt viel von dieser Erde von dieser Erde ich glaube gleich wird der zweite Stick haben äh dritte schon habe ich oh nein mein Gott so die Hühner aber ich muss echt viel lange dauern bis ich das auf die komplette A weg habe ich glaube muss ich für die zwei Aufnahmen machen weil der Tag Mittag ist gerade Mittag ist gerade oder ich glaube sogar heute schaffen wir das alles wenn es gut läuft wenn es gut läuft nein Alter du heilige Scheiße yo läuft du heilige Scheiße voll vergessen стал Hermann conj aus du so ein verdammtes glück ich liebe noch denn ein teil mir hat mich so gerettet mein arsch ist abartig ich hab wirklich wirklich gedacht ich bin gleich dort komm so ich weiß nicht wie viel ich will von dieser erde haben super wie viel will ich einbauen habe ich noch nein habe ich nicht okay aber was will ich noch kurz machen das werde das und diese bäumchen also hier machen wir und dann hier einer und dann hier werde auch und hier passt wunderbar so das hatten wir und habe er übertrieben jetzt erde kies werden sich später bearbeiten bearbeiten zusammen so ja ich habe noch gut schauen wir wie viel brauch ich überhaupt aber so ungefähr so breit wie der will ich haben breiter will ich nicht haben aber ich glaube ja ich glaube trotzdem bekommen ich werde ich breit haben klicken ich gehe jetzt noch schnell wegmachen Ah ok, habe ich gebürzt, zwei Tage brauche ich Minimum, so, aber es sieht schon besser aus, ähm Fackel, genau, das brauche ich, eine Fackel, Juppe, Juppa, Juppa, so. Es ist Nacht, es ist Nacht, war supergeil, ne, Nacht, so, was haben wir hier, hm, mach ich die nächste Folge, weg, 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 hä, was, was, wieso, weg, 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 hab ich das nicht lecken, böse Leck, so Erde, mach jetzt alles in Erde rein, Nameche, das Leck ohne Scheiß, Alter, ich hoffentlich neues Erde, vorher habe ich gebrauchte Erde und Jetzt habe ich zu viel Erde, das ist gut, theoretisch, äh, ja, Kies, das lasse ich noch, was weiter, ich werde bauen, das weiß ich nicht selber, so, aber ich brauche ich Kohle, noch ein bisschen, Essen brauche ich nicht momentan, hab ich die, nein, so, also machen wir es so, das, 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 gut, eins, zwei, vier, vier, Stockchen, Stückchen, und reinge Stückchen, 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 und reinge Stückchen, so, ähm, jetzt machen wir es so, ne, komm, nehmen wir die kleine, das, sollte es so sein, Fertig hier, so, so, zack, eins, zwei, drei, zack, fertig, und hier noch, so, ah, scheiße, man, das wird die Helle, ich will keine Helle, komm, mach mir die Helle momentan, schade auch nie, Okay, so, das machen wir so, mach ich hier rein, ah, hier, ne, doch, doch habe ich das ja gerade gestellt, her, hergestellt, so, das nehme ich später, also, das Axt brauche ich nicht mehr, Das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, Essen bleibt, Kies, komm, wegschmeißen, also wegmachen, so, theoretisch ist es gut aus, gehen wir jetzt in Mina, Also, heute wäre es irgendwie besser mit Zeit zu Mina zu gehen, Bisschen werden, trotz ein Zombie, also, ich glaube, machen wir jetzt in mein Laptop, weil, ich glaube, Also, besser, weil ich, ich so, so, am Mikro gleich, so, machen wir ein bisschen fern, weil ich konzentriere mir immer mehr, wenn ich konzentriere, dann gehe ich immer und immer und immer näher zum Monitor, Gibt es was? Gibt es was? Gibt es was? Ja, Kohle, geil! Ja, da ist die Kohle, brauche ich nicht, doch, brauche ich. Sehr viel Kohle. Weil, unten haben wir schon viel, nur oben nicht. Also, seht ihr, im Tag kann man nicht so viel schaffen, wenn man die ganze Zeit dran bleibt. So, fertig. Ah, komm, bauen wir mal ein bisschen. Schauen wir mal, vielleicht haben wir noch Glück. Oh, Kies, das brauche ich noch. Eine Schaufel, Schaufel, Schaufel. Ist das nicht fucking ernst? Ich habe keine Schaufel genommen. Wasser habe ich daran gedacht, aber auf die, an die, Schaufel habe ich vergessen. Naja. Gibt es was? Gibt es was? Gibt es was? Gibt es was Tolles? Ja, wenn wir, das mal gibt es gar nichts. Ne. Komm, gehen wir weiter. Alles super. Oh, kaputt. Kaputt. Nein, 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 nein. Oh. Mhm. Oh, doch. Eisen. Geil. Das ist wahrscheinlich plötzlich gebraucht, ne? Ich habe gedacht, schon steht irgendjemand da. Nö, niemand. Nix. Nada. Komm, ich stehe wieder. Fuck, weil langsam wird es echt dunkel. Oh. Scheiße. Es ist schon ein Tag. Warte. Nee, es ist immer noch ein Tag. Ey, ich habe mich erschreckt. Scheiße, ich habe es schon ein Tag. So. Noch ein bisschen. Ah. So, weiter jetzt. Buddeln wir weiter. So. Komm, hier. Komm, komm, ich will was haben. Ich will was tolles haben. So. So. So, fertig. Aber immer noch nix. Oh, Eisen. Jetzt haben wir Eisen gefunden. Einen gefunden. 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 Ich habe einen gefunden. Na, 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 na. Ich habe einen gefunden. Oh, du. Ne. So, ich hoffe weiter wird auch was. So, ne, leider nicht. Redstone, mehr Levels, auch gut, finde ich. Gold, ist ja klar. Wie habe ich gewonnen? Ah, ne, okay. Ich war, ich war über, auch oben habe ich gebaut, immer noch. Ich habe gedacht, das ist schon vorbei. Ah ja, gut. Ne, passt. Also, hier muss ich nach hinten zurückgehen. Schnell, 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 schnell. Alter, ich bin echt verdammt weit. So, ich mache zu Ende, wo ich habe gegraben und dann graben wir später in andere Richtung. Ah, rüber. So, Leute, ich würde sagen, jetzt wieder bleiben wir immer an diesem Platz. Und das war's für dieses Video und wir sehen uns und nächstes Mal. Ciao.